hallo und willkommen zurück zu einem weiteren let's play city skylines ja unsere stadt hat sich mittlerweile schon sehr schön entwickelt wir haben zusätzliche felder dazu gekauft ich werde heute schauen was ich noch optimieren kann natürlich werden wir die stadt heute auch erweitern ich habe mir gedacht ich baue hier raus wo sind wir hier eine kleine wohnsiedlung hin ich glaube die ist hier sicher toll aufgehoben ja dazu muss ich hier nur eine straße rauslegen ich würde sagen wir starten einmal raus aus der pause ich drehe die geschwindigkeit wieder weiter nach vor ja hier die schweinezucht läuft auch gut ja da würden wir mehr arbeiter brauchen also ich glaube wir sollten unser wohnviertel erweitern wir haben sehr wenige arbeiter wohnungen eigentlich könnten wir das am besten so wir haben hier eine einbahnstraße ich würde sagen wir machen hier eine einbahnstraße rauf so so nehmt ihr die so so wenn ich die jetzt hier rausziehe nehmt das war jetzt falsch wenn die sollte dann theoretisch rein gehen wenn die raus geht sollte die da so das war bullshit so nehmt die hier weg nehmt die hier weg nehmt die hier weg ja schön die freuen sich alle oh das wollte ich nicht Was mach ich jetzt mal? Nein, ich will nicht die ganze... Ich will nicht die Bluthaus. Schief. Das ist perfekt, jawoll! So, dann können wir hier ein kleines Arbeiterviertel machen. Dumme Menschen braucht das Laden, sage ich immer. So, wir haben hier Wasser. So, das ist natürlich ganz toll. Oh mein Gott! Wir haben schon wieder Stau. Warum haben wir wieder Stau? Das wollte ich aber nicht. So... Das ist jetzt doof. Das wäre ja theoretisch eine Abkürzung. Wenn ich es halbwegs gerade hinbekommen würde. Und sie fahren schon hier. Das ging ja schnell. So... Dicht besiedelt. 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 So, jetzt haben wir ein kleines Einbahnsystem hier. Ähm... Ja, die Feuerwehr kommt da zwar nicht hin, die Bildung. Ja, ist mir auch egal. Ähm... Wasser! Leute! Warum sagt ihr nichts, dass ihr Wasser braucht? Dann geht die hier raus. Hier rüber. So, die haben genug Wasser. Also beschweren kann sich niemand. Hm... Ach so, schlau. Es nutzt niemand hier die Straße. Obwohl die Einbahn hier reingehen würde theoretisch, dann könnten sie hier abkürzen. Ja... Aha... Leute, warum warnt ihr hier? Diese Straße hat das Problem. Funktioniert das? Eigentlich nicht, aber... Oh ja! Cool! Das funkt! Und jetzt schaut das gleich viel, viel besser aus. So, wir werden aber eine zweite Einfahrt machen. Ich glaube, die werden wir hier brauchen. So, das heißt, wir machen hier dann mal eine Strasse weg, eine zweispurige. Machen wir wieder einen Gressverkehr, würde sich anbieten. Nein! Warum? Dann setzen wir den so her. Dann setzen wir den so her. So, dann schließen wir. Einmal hier. So. Dann schließen wir den so her einmal hier an. So, und hier können wir irgendwo vorne machen. Leute an der Autobahn kommen selten. Ich bin gespannt, ob das jemand nutzt. Ist egal, hier kann man Wohnungen machen. Jawoll. So, und dann sollten wir eine Strasse... So. 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 ist zwar ein bisschen krank die kurve aber ja es geht schon irgendwie müssen sich halt einschleifen so ja jetzt hätten wir dieses industriegebiet versorgt ja ich hoffe hier wird man der hauptverkehrsachse alles entlastet oh mein gott warte wo wollt ihr hin ja ich muss diese verbindung hier lassen es ist mir egal so das ist mir egal das ist mir egal das ist mir Wurst also hier läuft der verkehr es funktioniert ich bin stolz auf mich ich hoffe ich entlastet hier hier ja hier ist gar nichts los das sieht auch besser aus das sieht wesentlich besser aus so ja also den kreisverkehr an die autobahn anbieten das ist das beste was man tun kann da ist die abfahrt zum kacken entschuldigen dass ich das so sage aber ja ein autobahnkreuz ist nichts zu einem kreisverkehr überhaupt dieser kleine der ist ein einfacher er ist platz sparen wir können doch schön was herbauen jööö ja das sind billig häuser so wir gehen wieder zu unserem Efeuplatz uah Efeuplatz wir brauchen Industrie würde ich sagen wie sieht es aus das ist noch in unserem Gebiet erweitert die Ersicherheit halber ja schön ups ähm nein natürlich kommt ihr her so und hier machen wir auch noch Industrie hier auch ich bekomme was wolle so Wasser haben die alle ja ähm hmm cool also schön 40er wie sieht es da mit dem Verkehr aus kacke oder gut eigentlich muss ich sagen so schalten wir mal zurück auf die Straße es läuft eigentlich ja es geht hier ist ein bisschen Verkehr aber nur ein bisschen höh höh oh mein gott ja Einbahnsystem wir brauchen dich auf wem warten die die warten hier der Bus der nie kommt aah wir haben was im Rest Leute geht nach Hause geht nach Hause geht nach Hause na schön ja die Nacht ist gekommen dieser Bus fährt vorbei der fährt komplett woanders hin der fährt komplett woanders hin und die Schön. Auf dem Friedhof haben wir auch nicht so viele Tote. Schön. Was ist das? Ups, für alle. Ja, was haben wir hier? Oh mein Gott, wir haben ein schönes Industriegebiet. Wirklich. So, das einzige ist, beim Großhofkreisverkehr kann man hier natürlich nichts machen. Da kann man nur seitlich hier andocken. Ähm, das werden wir auch. Ah, wir haben da draußen keinen Strom. So, das ist aber doof. Das ist sehr doof. So, 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 so. So, und so, wir haben hier mal Wasser. So, schließen wir hier. Zack. Zack. Schließen wir hier. Zack. So, und wie sieht es jetzt mit dem Strom aus? Okay, der hat Strom. Und da haben wir Strom. Sehr gut. Sehr gut. Kommt, baut, baut, baut. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Baut. Äh, muss das sein? Muss das sein? Sonst verliere ich eben diese Industrie wieder. So, jetzt haben wir hier Strom. So, jetzt haben wir hier Strom. Ja. Ich glaube, mit dem Bau dieser Häuser da drüben muss ich noch ein bisschen zu warten. Yeah. Aber. Aber. Ja. Und zwar kleines. Feines. Lange rein. Oh. Ja. Ja. Okay, die haben Strom. Yeah. Yeah. Ja, ja. Hier, jetzt mal diese Sicherheit. Hier. Hier. Ich glaube, ich... Hier. 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 Das ist ja die... Wie ist der Sicherheitsrat? Hier? Hier. 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 Hier herlegen. Geht ja! Hier herlegen. Rund um Sorglos-Paket. So, und ihr habt keine Arbeit da. Verdammt, mach mal. Warum?! Wo muss das sein? Ich will eigentlich ein Stück weiter. Und dann hier ein Stück runter. Jawoll! Dann bauen wir hier ein größeres Gewerbegebiet. Was haben die für ein Problem? Zu wenig Dienstleistungen. Überqualifizierte Arbeiter. Oh mein Gott! Selber schuld! Selber schuld! Wir haben ein kleines Industriegebiet. Ein Gebäude ist abgebrannt. Oh! Wie soll dort eine Feuerwehr hinkommen? Hehehe! Ups! Ja! Damit kann ein neues entstehen. Ich könnte hier... Nicht mehr... Egal! Egal! So, jetzt sind die wenigstens versorgt. So halbwegs. Sag ich mal. Das einzige was fehlt. Das einzige was fehlt hier wäre noch ein Polizeirevier. Nicht schlecht. Nein! Scheiß drauf! Das ist egal. Das ist egal. Wir brauchen hier keine Bildung. Wir brauchen dumme Menschen. Ich kann dumme Menschen sehen. So. Gewerbegebiet. Ähm... Ja. Ich finde... Das wäre hier mal praktisch. Und wir geben hier auch noch eins hier. So. Die haben Wasser. Die haben Strom. Die sollten... Oder? Die haben Strom. Sehr gut. Ja. Ja. So. Jo. Das Schnittchen wächst und wächst. Sehr gut. So. Ähm. Was? Ja. Ich weiß. Ähm. 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 Wir haben kein Wasser. Was? Wir haben wirklich kein Wasser. Oh mein Gott. Wasser. Das Elixier des Lebens. Oh mein Gott. Was habe ich da nur getan? So. Dann sollten wir eventuell die Straße mal hier herverlängern. Und hier auch rüber. Wenn ihr nicht wollt. So. Wasser haben wir. Dann können wir mal unser... Ja. Ja. So. Wie sieht es mit unserem Gebiet aus? Sehr gut. Hier haben wir natürlich die grüne Industrie. Und wie es aussieht, die läuft sehr gut. Ähm. Wir sollten hier... Ob. Weg. Wir sollten hier unbedingt nachdenken, zweckens einer weiteren Straßenanbindung. Tja. Wie mache ich das dann nur? Ähm. Hm. Hm. Ja. Liebe Feuerwehr. Seid ihr überfordert. Wo ist die Feuerwehr? Ähm. Nein. Eigentlich nicht. Okay. Wir werden das Feuerwehrhaus... Ähm. Hier irgendwo hier geben. Hm. Und das Bier. Hier ist glaube ich... Ist das alles ein bisschen gut? Ist das alles ein bisschen gut? Und... Die Schweinezucht mitten in der Stadt. Wie geil ist das denn? So. Ja. Ah. Wir haben wieder im... Habe ich ein Polizeiquartier jetzt gebaut. Ich wollte eigentlich eine Feuerwehr. Ich will Feuerwehrmann werden. Ähm. Ja. 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 So. Ja. Jetzt sind sie ja alle wieder glücklich. Das ist mein Lebensende. Das ist mein Lebensende. Check. Check. So. Ja. Schön. Hurra, 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 die Uni brennt. Ein. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ja. Schön. Ja. Ein paar Studenten haben drauf gezahlt. Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Ich würde sagen, äh... Wir beendigen... Ja. Ich weiß, die Kreuzungen sind zu nah aneinander. So. Gehen wir ins Pausenmenü. Äh. Ja. Wir haben unsere Stadt wieder ein bisschen erweitert. Zum Beispiel hier. Hier. Hier auch das Industriegebiet. Äh. Ich möchte aber unbedingt hier dieses Industriegebiet unbedingt besser an den Verkehr anschließen. Ähm. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Eventuell, ich ziehe diese sechsspurige Straße hier weiter. Bis zum Industriegebiet. Und darüber hinaus. Aber... Das bringt Probleme mit sich. Das bringt sich... Das bringt definitiv Probleme mit sich. Äh. Ja. Schauen wir mal, was wir tun können. Oh mein Gott. Verkehrschaos hochziehen. Ähm. Exportiert. Also, wir exportieren. Oh mein Gott. Die Trecker. Wo fährt der? Kehr zur Einrichtung zurück. Okay. Ähm. Ja. Die Trecker mitten in der Stadt sind natürlich auch nicht das Wahre. Aber... Hm. So ist es halt. Ja. Wie gesagt. Wir beendigen das heutige Let's Play hiermit. Ähm. Wir werden beim nächsten Let's Play natürlich weiterbauen. Ähm. Ähm. Wie gesagt. Ich möchte hier noch eine schöne Siedlung hermachen. Eine Wohnsiedlung. Ähm. Wann es soweit sein wird. Ob es schon in der nächsten Folge soweit sein wird. Seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Euer Tschesen. Bye bye.